Was machen wir denn heute zum Essen? Oh! Hallo! Schatz! Habt ihr das auch gehört? Das klang etwas ernst. Ich schau mal kurz nach. Hey du, was ist denn los? Da, 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 da! Was da? Ja, Ofen, Mikrowelle, Toaster, Kühlschrank. Kühlschrank! Ist da etwa eine Maus drin? Ja, sei vorsichtig. Alles gut, schau mal mal. Hm, der Orangensaft ist umgefallen. Ich hab mir das nicht eingebildet. Das hab ich auch nicht gesagt, Schätzchen. Naja, warten wir mal ab, ob sie sich noch mal blicken lässt. Hey, wo ist mein Brötchen? Da! Hä? Was zum? Hey! Ich hab's doch gesagt! Du sorgst dafür, dass es verschwindet und ich geh so lange zu meiner Mutter. Jungs, kommt, wir gehen. Die Klara holen wir unterwegs vom Sport ab. Alles klar, ich regel das. Tschüss! So, wer wohnt hier denn zur Untermiete? Hallo? Hallo? Ja, cool! Hey Tom! Mandi? Hey Tom. Mandi? Du? Alles okay? Ich habe irgendwie eins auf den Kopf bekommen. Dabei habe ich mir nur das Mauseloch anschauen wollen. Was ist denn los? Wir haben hier ein Mäuseproblem. Was ist denn das? Das ist das Mäuseproblem. Und du meinst, das funktioniert? Bestimmt. Ich glaube, wir sollten das Hähnchen lieber im Auge behalten. Weg ist es. Da, da ist die Maus. Und zack. Entschuldigung, war ein Reflex. Ich habe noch eine Idee. Und hepp. Super, du hast sie. Hilfe, Tom. Tom, Hilfe. Tom. Mandi. Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das war so furchtbar. Wir müssen uns was anderes überlegen. Wart mal kurz, ich habe da eine Idee. Hey, lass mich nicht alleine. So, du machst jetzt mal die Terrasse auf und ich lockere unseren kleinen Freund an. Da ist sie. Und hepp. So, Kleiner, hol's dir. Äh, Tom? Ja? Oh Mist, schnell zumachen. Hi Schatz, was gibt's? Und Schatz, wie sieht's aus? Es läuft ganz gut. Uh, 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 uh. Also, wir sind noch dabei. Bist du dir sicher? Ich muss jetzt weiter. Bis dann. Bis dann. Musik Hast du eigentlich schon die neue Blondine im Büro gesehen? Oh ja, die ist echt süß. Na gut, ich glaube, wir sollten weitermachen. Okay. Autsch. Hey. Ist sie raus? Ja, sie ist raus. Wir haben es geschafft. Du solltest hier noch ein bisschen aufräumen. Du meinst wohl wir. Wenn euch das Video gefallen hat, einen Daumen hoch und abonnieren. Genau.